Hallo meine Spieleentwickler, wir testen heute von Daniel das selbst erstellte Spiel. Ich bin echt gespannt wie es sein wird. Er hat mir geschrieben gehabt, dass es relativ kurz sein soll, ca. 30 Sekunden. Er meinte, es ist nicht so gut geworden. Ich bin aber gespannt. Aber eins vorweg, wenn ich eure Spiele mal spielen soll, die ihr in Spielestudio erstellt habt, ihr könnt mir gerne die Spiel-ID zusenden. Ich würde sehr gerne eure Level spielen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mit Daniel sein Level an. Grillpilze heißt es. Die Zeichnungen sind einfach legendär. Sehr schön. Und was mir auch richtig gefällt, dass man die Toads vernichten muss. Sehr, sehr schön, Daniel. Oh, da war irgendwas oben, aber den Taut hol ich nur noch. Ja! Geil! Ehrlich! Vom Wegen, das ist nicht so gut. Ich finde, also ich glaube, das ist ja dein erstes Spiel und ich muss sagen, das ist richtig hübsch. Guck dir mal die Zeichnung an. Wow! Ich hätte gar nicht dafür die Geduld. Oh, der arme Toad. Ey, Daniel, hast du wirklich top gemacht. Sehr, sehr schön. Aber hier ist jetzt nichts weiter, oder? Nee, sieht nicht so aus. Wow! Richtig schüppig. Wir schauen, wir gehen jetzt mal... Oh, was ist denn das? Alter, die ganzen zwei Bildungen. Ach du Scheiße. Oh, da hast du noch durchgesehen? Krass. Wow! Ach, guck mal, das große Bild. Besteht, äh, aus drei Bildern. Ah, okay. Aber, eins plus mit Sternchen, Daniel. Sehr, sehr schön gezeichnet. Hahaha! Vor allem die Tauts sind geil. Riesen Respekt für... Ach, Quatsch, äh, Daniel. Riesen Respekt für. Sehr, sehr schön. Aber ich kann es leider, glaube ich, nicht bewerten in irgendeiner Weise. Ich hatte nix gesehen bisher. Ich schaue mal unter Optionen noch. Da ist die Spiel-ID von Daniel. Falls ihr auch mal das Level spielen wollt, könnt ihr gerne mal das testen. Ich empfehle es euch. Es ist wirklich schön. Respekt, Daniel. Haha, geil.